Was ist eine Filterblase? Das mache ich überhaupt nicht, weil in dieser Filterbubble, da bin ich nur mit meinesgleichen unterwegs. So ähnlich wie in diesem Glas hier, hier unten sind die Leute, die gern Ahornsirum mögen, die sind nur unter ihresgleichen. Und hier oben sind die Milchfans, auch die sind nur unter ihresgleichen. Ein Austausch, eine Mischung findet hier erstmal nicht statt. Das ist eine Filterblase. Sind wir hier aber nicht in der Welt der Getränkeliebehaber, sondern bei was mit Wahlen? Und somit müssen wir uns fragen, was hat das mit Wahlen, Wahlkampf, politischer Kommunikation zu tun? Naja, gerade mit Blick auf Facebook wird ja oft gesagt, dass dort eben Filterbubbles, Filterblasen sehr weit verbreitet sind. Dass also das Informationsumfeld, das ich bei Facebook bekomme, sehr stark diesem wohl sortierten Ahornsirup-versus-Milch-Bild entspricht. Wenn ich Ahornsirup-Fan bin, dann sehe ich eben auch auf Facebook vor allem Informationen zu Ahornsirup. Ich erfahre aber nichts davon, wie die Milchanhänger eigentlich bestimmte Dinge sehen. Wenn wir das jetzt mal auf Politik übertragen, dann müssen wir uns fragen, wenn ich selber CDU-Anhänger bin, nehme ich dann eigentlich auch auf Facebook nur CDU-nahe Positionen über meine Freunde wahr? Oder kommen da durchaus auch mal andere parteipolitische Positionen zum Vorschein? Bei was mit Wahlen gehen wir Sachen oft empirisch an? Und auch zu dieser Sache haben wir mal eine Studie gemacht. Und wir haben Menschen gefragt, hey, wo steht ihr eigentlich selber politisch? Was ist eure Partei-Identifikation? Und wie nehmt ihr eigentlich so eure Timeline, eure Facebook-Freunde wahr? Wo stehen die denn mehrheitlich? Wenn wir uns mal den ersten Block hier vorne angucken, das sind die CDU-Anhänger. Und dass darüber so ein großer schwarzer Block ist, das zeigt genau, dass sowas durchaus präsent ist. Die CDU-Anhänger nehmen vor allem auch CDU-Umfelder auf Facebook wahr. Die SPD-Leute, man sieht es an dem roten Block, nehmen vor allem SPD-Meinungen in ihrem Umfeld auf Facebook wahr. Die Grünen, man sieht es an dem grünen Block, nehmen grüne Positionen wahr, FDP-FTP-Positionen, linke-linke Positionen. Man sieht aber auch, dass das bei den etwas kleineren Parteien nicht ganz so dominant ist, wie es bei CDU und SPD der Fall war. Das hat einfach damit zu tun, dass die Parteien kleiner sind. Damit auch die Chancen, dass ich auf Gleichgesinnte treffe, etwas kleiner sind. Umso bemerkenswerter ist dann der große Block, den wir hier bei der AfD sehen. Wenn also AfD-Anhänger auf Facebook unterwegs sind, dann nehmen die dort vor allem auch in ihrer Timeline AfD-Positionen wahr. Mehr Details zu der Studie gibt es übrigens unten in der Infobox. Wir haben also gesehen, es gibt durchaus wohl sortierte Informationsumwelten auf Facebook. Die CDU-Anhänger sind eher mit ihresgleichen unterwegs, die SPD-Anhänger eher mit ihresgleichen und vor allem auch die AfD-Anhänger sind eher mit ihresgleichen auf Facebook unterwegs. Aus demokratietheoretischer Sicht ist das nicht so richtig toll, denn natürlich würden wir uns wünschen, dass man auch mal die Position der Gegenseite hört, dass man vielfältige Argumente hört, dass man am Ende abwägt, was denn dann wohl die richtige Position ist. Wenn wir uns nochmal hier unser Glas angucken, könnte ich jetzt erst die Milch und dann den Ahornsirup trinken, aber so richtig lecker wäre das doch wahrscheinlich nicht. Viel besser wäre doch die süße Vielfalt. Wenn ich das jetzt hier mal verrühre und das muss jetzt natürlich auch hier klappen, dann schmeckt mein leckerer Milch-Ahornsirup-Drink doch viel besser, als die Milch oder der Ahornsirup alleine geschmeckt hätte. Das ist echt lecker und verdammt süß. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal bei Was mit Wahlen.